Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge, oder zu der ersten Folge The Archers. Das ist ein Spiel, das ist so simpel, das ist auf jeden Fall ein Handyspiel. Das ist eigentlich so einfach. Man muss halt einfach die Gegner abknallen. Ich bin auch dabei. Genau, Paul ist auch mit dabei. Wir sind hier gerade auf Omas Treppe. Und ja, bei Paul ist auch schon eine Folge. Paul verlinkt dann auf jeden Fall, könnt ihr auch mal gerne abchecken. Das ist mein Cousin, der heißt RapCrapTV. Und bald macht auch Videos Fortnite, Apex, Minecraft Edition. Genau, Paul hat einen neuen PC, ich kriege seinen alten. Da kommt ein Minecraft Projekt. Genau, Minecraft Projekt, nur ich kann nicht aufnehmen, weil ich dann den Kack PC habe, aber naja. Der ist nicht kacke, der ist nur für so manche Spiele zu schwach. Die Spiele sind so einfach. Es gibt auch Feuerbögen, da kannst du Feuerpfeile abschießen, da gibt es noch Sperre, Shurikons, da gibt es so viele. Hier zum Beispiel kann ich mal ein Steppe aus Sperr-Pam. Da ist halt alles One-Hit. Und es gibt auch ein paar Äpfel, falls du mal so ein Pfeil in dir hast, dann kannst du dich einfach heilen. Tja, Leute. Paul, du musst es gerade machen und dann ziehen. Ja, ich weiß. Soll ich es dir machen? Ich hab's auch noch. Ich will meine Basis. Ja, ja. Ich chill meine Basis gleich mal. Ich bin tot. Ich kann auch mal hier das Ding zu machen. Jetzt hab ich schon ausgesperrt. Doch, nicht. Boah, fuck, bin ich hoch. Okay, Leute, ich kann es dir mal kurz zeigen. Hier gibt's Feuerbogen, da musst du halt 100 Kills machen in einer Runde. Hier gibt's Sperre, hier gibt's Shuriken, hier gibt's Äxte, ne. Ja, es gibt auf jeden Fall mega viele. Es gibt auch Helme. Es gibt Bögen, ich kann ja... Ich kaufe es einfach mal. Feuer, Eis, Gift. Was ist denn so viel Gold? Das, das, das. Voll die Runde wäre eine Sache. Leute, ich hab jetzt für euch mein ganzes Geld ausgegeben. Also ich fang mal an mit Eispfeilen, okay? Der ist einfach eingefroren. Kann sich nicht bewegen, ne. Ist voll stark, muss ich sagen. Ja, ist voll stark, erbarmt. Opa! Was für Eis! Na, Paul will nur wieder fressen. Dann gibt's die Feuerpfeile. Ihr müsst die Gegner damit nur treffen. Ja, und der verbrennt dann. Gut. Jetzt bin ich zwar grad gestorben, aber das ist ja auch komplett egal. Ähm. Aber nochmal, sorry, dass so lange jetzt keine... Oder dass oftmals... Lange keine Videos mehr kamen, aber... Na ja. Ist doch nicht so schlimm, hoffe ich mal. Aber ich bin auch nur ein Mensch. Ich kann auch mal Fehler machen. Und... Ich hab auch nicht jeden Tag Zeit, jetzt irgendwie ein Video zu machen. Ich tue mir schon, dass ich den bekomme. Aber ich habe auch noch Schule und... Naja, ich habe auch andere Sachen, die wichtig sind im Leben. Nenni, willst du auch Eis? Ja, ich will Eis. Okay. Paul bringt mir jetzt nämlich mein Eis. Er ist nämlich mein Butler. Spaß. Und wenn ihr mehr von der Arto sehen wollt, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Du kannst auf jeden Fall mal einrichten, dass ich davon mehr spiele. Ähm. Ja, ich kann auch mal so weit spielen, dass ich so einen Feuerbogen habe. Und ja, es ist... Das wird alles schon ganz cool auf jeden Fall, denke ich. Und ich habe jetzt mein ganzes Geld hier ausgegeben, obwohl ich nicht mehr dafür Pfeile bekommen habe. Ich könnte auch manchmal echt ausrasten, aber naja. Danke für das Eis. Boah, er gönnt sich einfach Eis. Dennis, dann lass ich nur Eis essen mit Dennis. Auf Omas Treppe. Leute, ich versuche dir mal ein Thumbnail zu machen. Also wenn das Video schon vorher online sein sollte. Ich weiß nicht, wo das geht. Ja, Paul hat mir gezeigt, wie es geht, weil ich das nicht hinbekomme. Auf dem Handy ist es halt mega anstrengend, Digga. Da muss man erst gewisse Sachen machen. Aber, ähm, das Thumbnail kannst du auch auf deinen Vortragvideos machen. Ja, ich weiß. Also Leute, ich denke mal, in der nächsten Zeit der Thumbnails kommen auf der PS4. Es ist ja sowas von kompliziert. Es wird jetzt bestimmt wieder Leute geben, Das ist voll einfach. Bist du dumm oder so? Aber es ist nicht für jeden. Einfach. Mann, ich bin nicht gestorben. Egal. Dann würde ich sagen, das war's erstmal mit der Folge. Schreibt mir in den Kommentaren, wenn ihr mehr sehen wollt. Und tschau. Miau. Ja. Ja. Ja.